Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 24. Februar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 961 und heute habe ich euch die folgenden Themen. Disney Plus Star, Chrome OS, Gmail App, Shortcut Button und Clubhouse. Ich beginne gleich mit Disney Plus, genauer gesagt dem neuen Star-Angebot. Wie schon 2-3 Mal, glaube ich, auch hier in der Daily berichtet, will ja das starten am 23. von diesem Monat und der ist jetzt da. Und das Ganze ist auch gestartet. 55 neue Serien, 270 Filme, also so neu, einfach neue im Sinn von in Disney Plus drin. Es sind natürlich auch ältere Serien mit dabei, aktuelle Serien, alles mögliche ist da mit drin. Kann man ab sofort buchen, für diejenigen, die nicht vorab schon das Jahresabo noch in verkünstigter Form geshoppt haben, ist es jetzt zum vollen Preis dran. Also, wer mag, gerne mal ausprobieren. Weiter geht es mit Chrome OS und die haben anscheinend, zumindest wenn es nach Ars Technica geht, unter neuen Statistiken, die erhoben wurden, Mac OS überholt. Windows ist nach wie vor der Platzhirsch mit vielen, vielen Prozenten. Von 85 sind sie gesunken auf 80 Prozent und genau die knapp 5 Prozent hat Chrome OS aufgeholt. Diese waren nämlich im letzten Jahr noch bei 6,4 Prozent. Jetzt sind sie bei 10,8 Prozent. Somit haben sie Apple überholt, welche aber auch aufgeholt haben von 6,7 im letzten Jahr auf 7,5 Prozent in diesem Jahr. Dann kann es weitergehen. Mal schauen, ob Chrome OS noch weiter an Windows sägen kann. Obwohl sägen kann man das nicht nennen bei knapp 10 Prozent. Aber ja, es ist schon mal etwas, das vorwärts geht. Dann geht es weiter mit der Gmail App. Pnisi hat kein Update bekommen und die neuen Datenschutzbestimmungen. Aber da es gewisse Meldungen gab, musste Google reagieren und hat zumindest serverseitig ein bisschen was geschraubt. Und somit dann auch die Datenschutzlabels in grobben Zügen ein bisschen angepasst. Was holt Google bei euch für Daten? Natürlich so ziemlich vieles. Von sonstigen Daten über Nutzungsdaten über den Suchverlauf. Die Kontakte stand dort über den kaufenden Artikel und so weiter und so fort. Alles mögliche. Ja, wer die Gmail App nutzt, weiss, was da drin passiert. Jetzt, sofern er in der App reinschaut und im App Store reinschaut und nachlesen will, was denn da alles abgehoben wird. Dann gibt es tolle Neuigkeiten für Ikea und den Shortcut Button. Ich habe es letzte Woche, glaube ich, erzählt, wo das Teil bei mir angekommen ist und ich ein kleines Video gemacht habe. Link dazu natürlich in den Shownotes auf daily.tiktok.ch oder auch im Podcatcher eures Vertrauens zum Anklicken. Die haben jetzt ein Update bekommen über die App, respektive das Gateway hat ein Update bekommen und ab sofort sind die Shortcut Button HomeKit fähig. Somit kriegt ihr für, ich glaube in Deutschland, Österreich irgendwas um die 6 Euro, in der Schweiz knapp 10 Franken, also 9,95, bekommt ihr ganz, ganz günstige HomeKit Buttons, um da halt einfach drauf zu klicken und irgendwelche Funktionen abzufeuern. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Hinweis auf eine neue Geek-Talk-Folge mit der 0921, eine Sonderfolge. Die dreht sich um das Thema Clubhouse, was das jetzt genau ist. Ich habe da mit Journalisten, mit einer Köchin, mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Bereichen gesprochen und das Ganze zu einer Podcast-Folge zusammenschnitten. Wer es sich noch nicht angehört hat, Link auch dazu in den Shownotes und auch da ein Abo oder das Verfolgen, respektive mein Tipp, den Podcast abonnieren. Das war das richtige Wort. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek-Talk. Hört mehr Geek-Talk.